Guten Tag meine lieben Damen und Herren und willkommen zu einer ganz unprofessionellen kleinen Verlosung erneut, da ich von dem hier innerhalb von drei Tagen nichts gehört habe, also war er inaktiv, also hat er das Giveaway im Internet gesucht, mitgemacht und gehofft, dass ich ihn anschreibe, mach ich aber nicht, du bekommst keine Tastatur. Danke für die sechs Dislikes, da musste ich mal dagegen liken, nur weil ihr nicht gewonnen habt, müsst ihr nicht disliken. Shirex ist auch ausgeschlossen, wegen dem Kommentar hier, falls er jetzt kommen sollte, ausgeschlossen, mö, egal, genau, ich ziehe jetzt nochmal einen Neu-Eingewinner für die Tastatur, der Shirex wollte ja nicht, da machen wir das nochmal, Link ist schon kopiert, load Comments, loading Comments. Und Gewinn�, Gewinn�, ja, gewonnen hat, Lucio Pladisi, ne Plassidi, 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 Plassidi. Äh, selber für dich, drei Tage Zeit, um mir eine private Nachricht auf YouTube zu schreiben, falls das nicht geschehen sollte, kommt noch ein Video, wo ich etwas verlose, ist das nicht geil. So, ähm, ja, dann, wenn das so, ich könnte euch gerne nochmal zeigen, hier gefilterte Nachrichten nichts, wahrscheinlich aus Spam nichts, der hat sich nicht gemeldet, also dann, Sushio, melde dich bei mir privat, wenn nicht, dann kriegt die Tastatur wer anders, na, ciao.